Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Gedächtnis. Nummer 6 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie kann Stress das Gedächtnis beeinträchtigen? Wie kann Stress das Gedächtnis beeinträchtigen? Wie wirken sich bestimmte Medikamente auf das Gedächtnis aus? Wie wirken sich bestimmte Medikamente auf das Gedächtnis aus? Wie wirken sich bestimmte Medikamente auf das Gedächtnis aus? Kann das Gedächtnis durch wiederholtes Üben verbessert werden? Wie kann das Gedächtnis beim Erlernen neuer Fähigkeiten unterstützt werden? Wie kann das Gedächtnis beim Erlernen neuer Fähigkeiten unterstützt werden? Kann Musik das Gedächtnis positiv beeinflussen? Kann Musik das Gedächtnis positiv beeinflussen? Kann Musik das Gedächtnis positiv beeinflussen? Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Gedächtnis aus? Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Gedächtnis aus? Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Gedächtnis aus? Kann das Gedächtnis durch Tagebuchschreiben gestärkt werden? Kann das Gedächtnis durch Tagebuchschreiben gestärkt werden? Kann das Gedächtnis durch Tagebuchschreiben gestärkt werden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.